Die Antifaltencreme Maulwurf, hallo! Hallo, guten Tag. Sarah Baldi ist mein Name. Ich melde mich von der Firma Shop Online wegen der Anfrage, die wir bei unserer Website gestellt haben für das Produkt Intenskin, die Antifaltencreme. Ja, das ist gut. Da wollte ich mich mal gerne informieren, was das so auslösen kann, ob das hilft. Natürlich, natürlich. Ich informiere alles, Herr. Ich bin ein Berater in dieser Firma. Ich habe Anrufen über das Creme informiert, wie das wirkt, wie das funktioniert. Am Ersten, Herr, ich möchte Ihnen fragen, das Creme brauchen Sie für Sie selbst, bitte, oder für jemand anderes? Ne, das ist schon für mich selber, ne. Das wird schon benötigt, einfach. Wie alt sind Sie, bitte, Herr? Ich bin 84. Okay. Und wo haben die Falten mehr, bitte? Im Gesicht, am Gesäß. Mein Willi ist auch ziemlich verschrumpelt und das muss halt alles mal wieder ein bisschen, sag ich mal, ins Lot gebracht werden, ne. Mhm. Okay. Haben Sie mal probiert, Herr Hans, mit etwas anderes zu probieren, mit einer anderen Creme? Ja, ich habe das schon mit Injektionen probiert, so mit Zitronensaft, mit Hasenkötteln, mit, mit, was war das, mit Flensburger, alkoholfrei, aber das hat alles nicht funktioniert, ne. Mhm. Mit dem Botox haben Sie probiert? Nein, nein, nein. Botox ist ja ganz gefährlich, ne. Da kann ich ja auch den Zusauern nur von abraten, ne. Mhm. Verstehe ich. Dachscreme, Nachscreme oder Serum benutzen Sie, Herr Hans? Was benutze ich? Serum? Dachscreme, Dachscreme, Nachscreme. Ja. Ich habe schon mal probiert, hier die Füchse einzucremen, aber Dachscreme, das habe ich noch nicht probiert, ne. Mhm. Verstehe ich. Okay, dann, Herr Hans, dann ich erkläre Ihnen her, wie das Creme funktioniert. Ja. Und natürlich auch, wie soll die Creme benutzen, okay? Ja, und wie benutze ich die? Dankeschön. Äh, am Ende her, ich möchte Ihnen informieren, weil die Intense Skin hat eine sofortige Wirkung. Oh, das ist gut. Und es zeigt sich bei Falten, so mindestens 50 Prozent, ohne Operationen, Injektionen und mögliche Nebenwirkungen. Ja. Natürlich ist die einzige Langwirkendcreme, die für die Verjüngung der Haut vom Gesicht als und Dekolleté verantwortlich ist. Dekolleté habe ich nicht, ich bin ja ein Mann, falls Sie das nicht rausgehört haben. Ja, ich verstehe. Das ist auch für Mann, auch für Frauen, deswegen. Ach so. Ich habe nur Ihnen informiert, so können Sie auch für Gesicht machen, auch für Hals und auch in Hand, okay? Auch wofür? Auch Hand, so in Hand. Ach, für die Hände, ja, das ist sehr gut, weil die sind ja, sag ich mal, ich arbeite ja viel auch unter der Erde, bin ja halt Maulwurf, ne. Und ich glaube, durch das ganze Graben, dass da die Hände sind halt auch immer wund und angegriffen, da wäre das schon gut. Haben Sie da denn auch zu Weihnachten jetzt vielleicht ein Angebot, weil ich glaube, ich brauche da schon ein bisschen mehr für. Natürlich, natürlich, deswegen ich informiere, Herr. Natürlich am Ende, ich wollte Ihnen informieren, so Sie sollen das immer in trockener und sauberer Haut verwenden. Nehmen Sie so die Creme. Nochmal, was soll ich machen? Sie reden so schnell, ich komme nicht hinterher. Entschuldigung. Ach, danke. So, Sie können zweimal täglich die Creme benutzen, morgen und abends, immer in trockener und sauberer Haut, okay? Also muss ich, also nach dem Duschen, ja? Genau, richtig, ja. Gut. Jeden Morgen und jeden Abend. Jetzt ist ja aber das Problem, Sie haben ja gesagt, ich soll den Dachs damit einreiben, die sind ja Wassersäu, wie soll ich das denn machen? Ja, ich erkläre, Herr Hans, so am Morgen, so können Sie im trockenen Haut benutzen, so ganz normal, so können Sie die Gesicht und Hals machen und dann am Abend, morgen und Abend, weil das ist eine 24-Stunden-Creme. Oh, das ist gut. Okay. Dann muss ich das nicht so oft einschmieren, weil die Viecher, die haben ja derbe Krallen. Ich glaube, das könnte sonst interessant werden. Also, sie soll dann beim Dachs den Hals und das Gesicht einreiben, ja? Ja, genau. Und bei mir selber die Grabschaufeln, also die Hände dann, ne? Genau, ja, richtig. Aha. Die Creme Hair arbeiten gleichzeitig in mehr Richtungen. So, am ersten glattet Falten, straft das Gesicht-Oval. Glattet Falten. Ach, glattet Falten, ich habe Latex verstanden, Entschuldigung. Okay, und straft das Gesicht-Oval. Bestraft das Gesicht? Er geht Produktion und verhindert die Bildung neuer Falten, speichert Fürstelkeit und stellt die Haustruktur wieder her und schützt die Haut von schadischer... Haben Sie gesagt, er stellt die Haarstruktur wieder her? Ich wollte ja aber nichts für die Haare haben. Herr, speichert Fürstelkeit und stellt die Haustruktur wieder her. Die Haustruktur, das ist gut, da muss ich nicht mehr aufräumen. Das können wir gerne machen. Okay, dann Herr, natürlich basieren Sie diese Informationen, was Sie mir gesagt haben, Sie sind auch 84 Jahre alt. Natürlich ist auch sehr wichtig, die Creme für einen Zeitraum von 1,5 Monaten bis zu 2 Monaten zu verwenden, ohne die Behandlung zu unterbrechen. Damit Sie nicht nur 100% den Effekt sehen können, sondern das Effekt dauert für mindestens 5 Jahre. 5 Jahre? Das ist ja Wahnsinn, da freue ich mich halt drüber. Okay, die intensive Behandlung, Herr, für 2 Monate lang, das besteht aus 6 Packungen Intenskin, wo Sie 4 bezahlt. Sie haben, Herr, je Pro Akum einen halben Preis bekommen, somit 49 Euro. Und 2 Packungen bekommen Sie von uns geschenkt. All Dankeschön, weil Sie bestellen bei uns als erstes Mal. Und die volle Behandlung für 2 Monate mit 6 Packungen kostet 196 Euro. Das ist die volle für 2 Monate. Die was für 2 Monate? Die Folge? Die volle Behandlung. Die volle Behandlung. Die volle Therapie. für diesen Anruf machen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? So, die volle ist mit 6 Packungen, Herr. Das dauert 2 Monate lang. Und natürlich, der Speichereffekt dauert für mindestens 5 Jahre. Mit der volle für 2 Monate. Die kurze Behandlung, Herr, für 1,5 Monate hat im Gesamt 4 Packungen. 3 sind im Preis. Eine bekommen Sie von uns geschenkt. Und das kostet 147 Euro. Das ist ja noch besser. Und dann bekomme ich eine Flasche geschenkt von Ihnen? Genau. Das ist sehr freundlich. Eine Packung bekommen Sie geschenkt. Das sind 3 im Preis. Eine geschenkt. Und kostet 147 Euro. Das ist sehr nett von Ihnen. Das sind wir mit 4 Packungen. Da möchte ich mich doch herzlich bedanken. Bitte sehr, Herr. Und mit dem Fohle für 2 Monate hat 6 Packungen. So sind 4 im Preis. 2 bekommen Sie von uns geschenkt. Und das kostet 196 Euro. So möchten Sie, Herr, mit dem Fohle machen. So mit den 6 Packungen. Oder mit dem kurzen für 1,5 Monate mit 4 Packungen. So, dass das schon für mindestens 4, 5 Jahre ausreicht. Weil das muss ja, die Dachse, die kriegen ja auch immer Nachwuchs noch. Und das muss ja dann auch, die dürfen ja auch nicht schrumpelig werden. Weil das Dachsfell, das ist ja mehr wert, wenn das gut aussieht. Herr Hans, wenn Sie die Intense Skin benutzen, Sie haben keinen Bedarf, keine andere Creme mehr zu benutzen. Weil das ist eine Anti-Age-Creme, Anti-Falten-Creme und hat auch die Sonnenschützfaktor UVA und UVB. Was für die? Das heißt, wenn Sie die Intense Skin benutzen, sind die Sonnenfilter. Also Sonnenfilter. Also Sonnenbrille? Nein, nein, Sonnenfilter. Die Creme hat den Effekt, den Sonnenfilter-Effekt, der UVA und UVB. Das heißt, Sie können auch für die Sonne das nehmen. Eine Anti-Age-Tag-Creme ist das. Und das ist auch Anti-Falten-Creme. Also ich fasse nochmal zusammen. Zuerst, weil die ja ziemlich aggressiv sind, werden zuerst die Füchse eingerieben mit der Creme, damit die sich beruhigen. Dann bei den Dachsen und dann soll ich die Sonne einreiben, ja? Sie können nur die Intense Skin nehmen, Herr Hahn. Ja, ja, aber für die Sonne, ne? Nur die Intense Skin. Ja, genau. Montgen und Abend können Sie mit dem Creme und dann, Sie haben keinen Bedarf, auch die Sonnencreme zu nehmen. Also muss ich dann die Sonne auch eincremen? Wie lange hält das mit der Sonne an? Weil die ist ja ziemlich heiß. Wie oft muss man die eincremen? So, Maximum, die Effekt dauert für 10 Uhr. Also Sie können zweimal täglich, das nehmen, morgen und Abend, so ist kein Problem, Herr. Na gut, dann muss ich ja gucken, wie ich da immer hochkomme. Aber ich meine, die Gesellschaft, die ist ja so, die jungen Leute, die sind ja alle so faul und blöde. Dann muss ich halt die Sonne eincremen, um die globale Erwärmung zu stoppen. Also ich habe da kein Problem mit. Dann kriege ich ja vielleicht nochmal einen Preis oder sowas, ne? Okay, dann Herr Hans, die volle Behandlung, so wie ich habe Ihnen informiert, mit den sechs Packungen, wo Sie vier bezahlen, und zwei bekommen Sie geschenkt von uns, kostet 196 Euro. Und der kurze mit vier Packungen, wo Sie drei bezahlen und eine bekommen Sie geschenkt von uns, kostet 147 Euro. Möchten Sie die volle machen oder die kurze? Na, ich mache das schon voll, ne? Weil ich muss das ja, muss da ja erstmal mit zurechtkommen. Und bis ich das dann gelernt habe, dann muss das ja weitergehen, ne? Okay, so möchten Sie mit der voller Behandlung mit sechs Packungen. In halb drei Tage, Maximum her fünf Tage, kommt das bei Ihnen. Mit DHL-Post kommt das Produkt. Ich brauche bitte nur Ihre Adresse. Am ersten bitte die Postleitzahl. Ja, ich suche das gerade raus, weil ich bin gerade erst umgezogen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ich sehe gerade, ich bin ja bei Ihnen auf der Internetseite, ne? Da steht, Sie haben auch was für Parasiten. Können Sie mir da auch noch was empfehlen? Parasiten? Ja. Möchten Sie eine Reinigung dem Körper machen gegen Parasiten? Ja, auf jeden Fall, weil der Dachs, der hat da, sag ich mal, diverse Milben und Käfer und Zeckenbefall. Und das muss ich halt irgendwie, ich weiß ja nicht, ob man, ich habe das jetzt schon probiert mit Lavendelöl, ne? Weil das hat ja einen starken Eigengeruch. Und mit Zitrone, aber das hat nicht funktioniert. Können Sie da helfen? Einen Moment, nur eine Sekunde, bitte. Ja? Ich schaue hier in mein Computersystem. Natürlich, wir haben Cannabisöl. Cannabis? Ist das nicht verboten? Ja. Das ist natürlich. Nein, nein, 20 Prozent ist Cannabisöl. Die anderen sind pflanzliche Komponenten. Ja, aber Cannabis ist doch auch eine Pflanzche, oder nicht? Nein, nein, ich erkläre her. Ach so. Das ist mit natürlichen Komponenten. 20 Prozent ist mit dem Cannabisöl. Die anderen sind natürliche Komponenten. Das natürliche Arbeiten auch gleichzeitig auch in mehrer Richtungen. So, auch das ist absolut so ungefährlich. Ist auch mit natürlichen Komponenten, wie ich schon habe Ihnen erklärt. So ist effektiv zerstört alle Arten von Parasiten und Taunisbakterien. Beseitigt die schadlichen Auswirkungen der Infektion. Infektion? Ja, natürlich. Das ist gut, ne? Ja, das regiert uns natürlich auch den Körper von Giftstoffen, Schlagen, Algernen und Viren. Von Schlangen? Und natürlich. Das ist gut, weil ich habe hier neulich, war hier in der Nachbarschaft, da ist so ein Neuer hergezogen und er mag nicht, wie wir hier so agieren. Der hat die Kammer des Schreckens geöffnet und jetzt ist hier so ein Basilisk unterwegs. Das heißt, das würde da auch helfen, also mit Schlangenabwehr, ja? Ja, natürlich. Sie können natürlich die Kapsel, so sind Kapsel mit Cannabisöl darin und mit den natürlichen Komponenten. Wenn Sie möchten, natürlich, ich kann auch Ihnen informieren, was hat darin dabei. So, das ist mit Hanföl. Das regiert Körper von Pilzen, Bakterien, Toxinen. Pilze? Okay. Aber die Champignons, die ich hier in der Küche stehen habe, die gehen dann nicht kaputt, oder? Weil die brauche ich noch. Nein, nein. Okay, so das ist Hanföl, okay? Da sind natürliche Komponenten dabei, mit dem Cannabisöl, mit Hanföl. Das heißt Cannabisöl wegen Parasites, wenn Sie möchten natürlich. Ich kann vielleicht eine Packung oder zwei Packungen für Ihnen schicken. Können Sie das ausprobieren, testen. Und dann, ob Sie Interesse haben, weiter können Sie bei uns nochmal anrufen, weiter das zum Bestellen. Aha, und da gehen halt dann die ganzen Sachen von weg. Das ist ja schon mal gut. Das ist in Ordnung. Ja, natürlich. Natürlich können Sie das selber testen, Herr Hans. Ich gebe Ihnen auch unsere Kundenservicenummer. Der Name ist Maulwurf. Nicht Hans. Okay, habe ich. Okay. Also Hans ist der Vorname, aber so weit sind wir ja noch nicht. Okay, Herr. Alles klar. So, Maulwurf, ja? Ja, Maulwurf. Und deswegen habe ich ja die Handcreme bestellt, weil das ist ja immer, wir sind ja, sage ich mal, ziemlich umtriebig hier. Und jetzt in der kalten Jahreszeit, da ist der Boden halt auch immer ziemlich hart. Und da ist das Graben dann halt auch nicht so einfach und deswegen tun mir die Hände halt weh. Okay, dann, Herr, in Ordnung. So, mit dem Intenskin, ich habe die sechs Packungen für Ihnen gelassen, so für zwei Monate. Ja. Mit 196. Und für den Cannabis-Fühl, ich weiß es nicht, ob Sie möchten, zum Probieren. Oh ja, doch, das würde ich schon mal probieren. Und jetzt sehe ich gerade, Sie haben auch was für die Augen. Das würde ich auch gerne noch ausprobieren. Da gibt es Seekapseln. Muss ich mir die in die Augen reindrücken? Einen Moment, bitte, Herr. Nur eine Sekunde, ich schaue in meine Kumpel. Was möchten Sie für die Augen? Seekapseln. Möchten Sie besser lesen, besser sehen? Besser sehen wäre schon nicht schlecht, ne? Mhm. Weil das Problem ist halt, ne, das ist, wir sind ja nachtaktiv. Und wenn ich mich dann doch mal am Tage, weil von unten weiß man ja nicht, wie spät das ist oder nicht, dann versuche ich da nach oben zu gehen. Am Ende, Herr, ich möchte, natürlich, nur eine Sekunde, bitte, Herr Hans. So, ich lasse für Ihnen die volle Behandlung mit dem Intenskin. Ich lasse noch von dem Cannabis-Fühl gegen Parasite, so, lasse ich zwei Packungen zum Ausprobieren. Ja. Oder drei, wie meinen Sie? Machen wir mal zwei. Eine Packung heißt für zehn Tage. Zwei, würde ich sagen. So, ich lasse auch die Cannabis-Fühl her für den Parasiten mit halbem Preis. Mit 49 Euro ist eine halbe Preis, so, normalerweise kostet es 98. Oh. Ich lasse mit 49 Euro eine Packung. So, möchten Sie zwei haben oder nur eine, wie meinen Sie? Naja, schon zwei Stück, aber wie funktioniert das denn? Sie nehmen einen Kapsel morgen, einen Kapselabend, halbe Stunde vor der Messe. Und dann kann ich wieder gut gucken. Ja, natürlich. Wie lange dauert das? Mit einer Zufriedenheit können Sie weiter mit uns kontaktieren. Also, eine Packung, Herr, dauert zehn Tage, weil er hat 20 Kapseln. Ich lasse zwei Packungen. Ja. Das reicht für 20 Tage. Ne, ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, diese Kapseln zu nehmen, wie lange dauert das dann, bis ich wieder besser sehen kann? So, ich lasse, ich habe Ihnen informiert über die Cannabisöl gegen Parasiten jetzt, Herr Hans. Cannabisöl gegen Parasiten, das soll ich dann in die Augen reinmachen, ja? Nein, 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 nein. Sie haben mir gefragt gegen Parasiten. Ich mache eine Zusammenfassung mit der Bestellung, Herr. Aha. So, Sie haben sechs Packungen in der Skin, der Creme, plus zwei Packungen für den Parasiten, für den Cannabisöl. Das geht 294 Euro. Das ist der gesamte Preis für diese zwei Produkte, für den Creme und wegen dem Produkt gegen Parasiten. Heißt diese Krankheit, wenn man Zecken und Flöhe und Läuse hat, das heißt Parasitis, die Krankheit? Okay. Ja. Das ist keine Art des Creme gegen Parasiten, Herr. Parasiten, das ist eine neue Krankheit, die Sie da gerade erfunden haben. Das ist toll. Okay. Dann, Herr Hans, ich brauche bitte von Ihnen die Adresse. Wo kann das Produkt bei Ihnen schicken, bitte? Am ersten die Postleitzahl. Nochmal, was war? Ich brauche bitte, Herr, Ihre Adresse. Wo kann das Produkt bei Ihnen schicken? Die Postleitzahl, bitte, am ersten. Ja, haben Sie was zu schreiben? Ja, bitte. Das ist 84130 in Dingolfing. Okay. Die Straßenname, bitte. Ja, das ist die bischöflich, ich muss, pardon, musst du husten, bischöflich geistlicher Rat Josef Zinnbauer Straße. Okay. Und in der Hausnummer? 409. 409. Welche Straße haben Sie jetzt aufgeschrieben? Ja, natürlich. So, bischöflich geistlicher Rat Josef Zinnbauer Straße. Ja, gut, jetzt bin ich beeindruckt. Ich habe eigentlich gedacht, das dauert jetzt 30 Minuten, bis Sie das notiert haben. Da muss ich mir eine Teilniederlage eingestehen. Aber ich bin beeindruckt. 409. 409, ja. Okay. In der Briefkasse steht der Name Hans Maulwurf oder nur Familie Maulwurf? Naja, da steht Familie Maulwurf. Das steht da drunter und auf dem Klingelschild steht der Maulwurf am Morgen. Das ist unsere Firma. Okay. Das ist eine Geschäftsadresse? Ja, eine Geschäftsadresse ist das, weil wir haben so einen Zeitungsverlag. Wir proklamieren ja der Maulwurf am Morgen, die Revolution aus der Unterwelt. Weil momentan arbeiten wir ja gerade dann den Reichstag zu untergraben. Da sind jetzt ja, sag ich mal, die Abwasserleitungen schon angezapft und da lassen wir jetzt, sag ich mal, mal Kakerlaken und Ratten frei. Und wenn wir die Füchse dann eingecremt haben, dann passen die da vielleicht auch durch die engen Rohre durch. Da müssen wir nur ein bisschen schieben. Herr Hans, haben Sie etwas zu schreiben, bitte? Ich gebe Ihnen auch die Kundenservice-Nummer. Ob Sie Fragen haben oder weiter zu bestellen, Sie können mit uns kontaktieren. Ja, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Und Sie haben mir das ja auch alles vortrefflich beantwortet. Wenn Sie, wenn Sie möchten, weiter zu bestellen, andere Produkte von uns, Sie können mit uns kontaktieren, selber. Deswegen. Wen soll ich kontaktieren? Schreiben Sie bitte die Nummer, Herr Hans. 03. Ja. 2 2. 2 2. 1 3 2. 1 3 2. 4 9. 4 9. 0 20. 0 20. Und da soll ich jetzt anrufen? Das ist die Kundenservice-Nummer. Ob Sie Fragen haben, für was Sie möchten, Sie können bei dieser Nummer kontaktieren. Montag bis Freitag, 8 Uhr Morgen bis 17 Uhr. Können Sie bei dieser Nummer erreichen. So lange? Okay. Ja. Das ist aber nicht sehr mitarbeiterfreundlich. Die Leute müssen doch auch mal frei haben. Montag bis Freitag, Herr. 8 bis 17 Uhr. Also Sie können bei dieser Nummer erreichen, okay? Ja, sind Sie da am Telefon? Ja, natürlich. Ich habe hier die volle Behandlung, so mit dem Creme Intense Skin, so mit sechs Packungen. Vier plus zwei Geschenk, plus noch zwei Packungen von dem Cannabis-Zuhl, geht 294. Als Dankeschön, Herr, weil Sie haben zwei Produkte bei uns bestellt. Nee, ich habe doch drei Sachen bestellt. So, bis jetzt zwei, weil ich habe noch nicht wegen Augen informiert, Herr. Natürlich informiere ich jetzt. Also Dankeschön, weil Sie haben die zwei Produkte bei uns gekauft. Sie haben die Möglichkeit, die dritte Produkt, so die Cannabis-Zuhl wegen Augen, mit dem 80% Rabatt zu profitieren. Oha. Das heißt, wenn Sie eine weitere Packung nehmen, so eine Packung für den Augen, das bekommen Sie für nur 25 Euro. Das ist doch super. Das bekommen Sie als kleine Dankeschön von uns. Möchten Sie dazu haben? Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Weil ich habe ja diese, das ist ja eine Eigenschaft, die haben wir Maulwürfe vom Hamster übernommen. Alles, was wir kriegen können, wird eingepackt. Aussortieren kann man später. Ne? So ähnlich wie die Niffler das machen. Kennen Sie die Niffler? Nein. Schade. Okay, so wenn ich lasse, noch eine weitere Packung dann für den Augen. Ja. Wie ich habe Ihnen informiert, das geht 319 im Gesamt. Das ist schon ein guter Deal. So sind eine Packung für den Augen, zwei Packungen gegen Parasitis und sechs Krämer im Gesamt. Parasitis? Ja. Ja. Und was mache ich jetzt mit den Kapseln für die Augen? So, Sie nehmen die gleiche so einmal am Morgen und einmal am Abend. In die Augen reinmachen, ja? Nein, Herr, Sie trinken mit Wasser, mit halbem Glas Wasser. Das können Sie, das sind Kapseln, Herr, Kapseln. Achso, und das soll ich dann im Wasser auflösen und dann in die Augen reinschütten? Nein, Herr, wir können Sie noch ganz normal essen oder trinken. Essen oder trinken? Ja. Ich erstelle eine Entweder-oder-Frage und Sie sagen, ja, das fasst das Gespräch sehr gut zusammen. Dann, Herr Hans, ich mache kurz eine Zusammenfassung. Nein, mein Name ist Maulwurf. Hans Maulwurf ist der Nachname. Maulwurf. Entschuldigen Sie mich bitte, Herr Maulwurf. Ja? So, Sie haben sechs Packungen Intenskine gehabt, zwei Packungen Gana-Besyl und noch eine weiter mit dem 80% Rabatt mit 25 Euro. 319 Euro geht im Gesamt. Wir liefern in drei bis fünf Tage ungefähr in der Adresse bischoflich-gestischer Rat Josef-Zinn-Bauer-Straße. Ja. Nummer 400, einen Moment, ich schaue die Nummer jetzt. 409, die Postleitzahl 84130 in Dingoldorf, Dingolfing. Dingolfing, genau. Ja, innerhalb drei bis fünf Tage kommt mit DHL-Post. Nur wegen der Bezahlung, Herr, ich wollte Ihnen informiert. Also die Zahlung, Sie zahlen direkt mit dem Kreditkart, mit einer Visa oder einer Mastercard. So was habe ich aber gar nicht. Haben Sie keine Visa, keine Mastercard? Nee, ich kann das überweisen, wenn Sie das möchten. Okay, dann können Sie bezahlen nach dem Erhalt dem Produkt Bargeld bezahlen mit dem Kurier in dem Tag der Lieferung oder im Postfilial per Nachname. Ach so, ja, dann nehme ich den Kurier, dann muss ich nicht aus dem Haus raus, weil die kommen ja meistens tagsüber und da ist das für uns Maulwürfe halt nicht so angenehm, draußen zu sein. Okay, dann in Ordnung, dann machen wir so. Dann, Herr, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende und schönes Weihnachtszeit. Ja, schöne Weihnachten wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für Ihre sehr ausführliche und höchst kompetente Beratung. Ich glaube, das hätte nicht jedes Eichhörnchen so gut hinbekommen. Da haben Sie echt eine Belobigung verdient. Vielen Dank, alles Gute, dann auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören. Diese Arzneimittelbetrüger, das sind ja fast noch die Schlimmsten. Stell dir mal vor, da ruft wirklich jemand an, der jetzt Schmerzen oder Probleme hat oder irgendwie schon alles Mögliche mit den Augen durch hat und kauft dann irgendeinen Mist, wo irgendwie nur so ein paar Sachen aus dem Supermarkt drinnen sind. Das kostet ein Schweinegeld. Im schlimmsten Fall nimmst du den Scheiß, anstatt zum Arzt zu gehen und verlierst noch dein Augenlicht am Ende. Bah, ist das ein widerliches Volk, ein blödes. Bitte nicht kaufen da. Hallo, wer ist denn da? Hallo, guten Tag. Sarah Bald ist mein Name, ich melde mich von der Firma Shop Online. Ich habe mit Herrn Hans Malwurf gesprochen. Darf ich bitte? Den Hans nochmal? Ich wollte mit Herrn Hans Malwurf sprechen. Ja, Sie waren doch die Frau, die den Dachs in die Sonne eingecremen wollte. Das hat er mir erzählt. Ich hole ihn mal eben. Einen Moment, bitte. Genau. Hallo. Ja, Herr Malwurf, ich bin nochmal Sarah, bitte, von Shop Online. Ja. Wir haben zusammen gesprochen, wegen der Intense Skinner Creme, so die Sonnencreme und auch die Kapsel gegen Cannabisöl. Ja, ich habe jetzt schon mal zu Hause geübt, den Dachs einzureiben. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Der beißt ja um sich, als gäbe es kein Morgen. Herr Malwurf, ich wollte nur etwas sagen. Sie haben sechs Packungen Intense Skinner gehabt von dem Creme und Sie haben auch drei Packungen von dem Cannabisöl. Und das geht 338. Und als Dankeschön, weil Sie haben diese volle Behandlung bestellt. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie noch eine weitere Packung von dem Cannabisöl bestellen, bekommen Sie nur 25 Euro. Möchten Sie das dazu haben? Möchten Sie das profitieren? Oh, das hört sich gut an. Einen Moment, ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Ja, bitte. So, jetzt, da war eine Möwe, nicht, dass die reinkommt. Genau. Okay, so Sie haben das Angebot jetzt bekommen. Deswegen, ich habe nochmal bei Ihnen kontaktiert. So sind im Gesamt 338 plus 25 Euro. Und alles geht 363 Euro Endpreis. So sind im Gesamt vier Packungen mit dem Cannabisöl und sechs Creme. Okay? Sechs Creme auch noch? Ich habe aber gar, ich habe keine Potenzprobleme. Die Sechs Creme. Nein, nein, die Creme, die Sonnencreme, die Antifaltencreme. Das haben Sie bei uns bestellt. Da soll ich ja den Dachs mit einreiben, ne? Nein, nein, die Creme. Jaja. Die Sechs Creme, sechs Packungen Creme in den Skin plus vier Cannabisöl geht 363 Endpreis. Kann der Dachs die Creme eigentlich auch benutzen? Herr Hans, für den Gesicht bitte, Herr. Jaja, der will das ja auch haben. Das ist für Gesicht, nein. Gesicht, Hals und Hand. Ja, das haben wir ja durchgesprochen, aber das ist auch mit Dachsen kompatibel, oder? Nein, Herr, nur für das Gesicht ist das. Jaja, nur fürs Gesicht und den Rest den machen wir mit Vaseline wieder, ne? Ist ja toll, dass Sie nochmal anrufen, da gewinnt das Ganze nochmal an Authentizität. Das sind Sie zitieren, ne? 300, 363 Endpreis. Und innerhalb von drei bis fünf Tagen kommt das. Enten? Enten haben Sie auch? Was kostet denn eine Jungentpreis? Ja? Herr Malfwurf, bitte. Haben Sie mir verstanden? So sind sechs Creme und vier Cannabis. So Endpreis 363. Ich brauche keine Sexcreme, ich habe keine Potenzprobleme, ich brauche kein Viagra. Hallo, warum bieten Sie mir sowas denn an? Herr Malfwurf, bitte, Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe Ihnen gesagt, so sechs Packungen Creme in den Gesichtern. Okay. Und gegen Falten und so weiter. Wir haben zusammengesprochen und vier Packungen Cannabisöl. Und alles geht 363 Euro Endpreis. Was ist denn besser zum Kochen? Cannabisöl oder Olivenöl? Was nehme ich da denn am besten? Ja, ich spreche nicht. Hallo? Ich habe ja nächste Woche den Auftritt in der Kochsendung. Da können wir uns ja vielleicht auch nochmal zusammen darauf vorbereiten. Früher, ich bin zuerst in der ersten Zeit. Die geht ja vor, ich kann mich nicht mehr so weit. Das war zum Ballpark. Früher, ich bin zuerst in der Zeit. Ich bin zuerst in der ersten Zeit. Ich bin zuerst in der ersten Zeit. Ich bin zuerst in der ersten Zeit. Hallo, da hören Sie mich bitte? Ja, wer ist denn da? Chandi, bist du das? Ich bin Adriano, also Berater von der Firma Shop Online, bei der Adriano Luca. Adriano, stopp, stopp, wie war der Name? Adriano, Adriano bin ich. L-U-K-A, Luca, Luca. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein lustiger Name? Also der Hans Malwurf, nochmal, haben Sie schon mit meinen Kollegen gesprochen über das Produkt Intenskin, ne? Ja, zweimal jetzt so, Sie sind jetzt der Dritte, der anruft und wir werden ja die ganzen Dachse und Füchse dann damit einreiben, ne? Korrekt, das können Sie zweimal täglich benutzen, morgens und abends auf die saubere, trockene Gesichtshaut auftragen, okay? Die Anleitung ist dabei. Sie haben schon, es besteht mit meinen Kollegen, für sechs Dosen, sechs Tuben Intenskin und vier Pakete Päckchen Cannabis Oil. Cannabis? Gegen Parasiten. Gegen Parasiten, ja. Cannabis Oil. Ja, aber Cannabis ist doch verboten. Es ist nicht verboten, das ist eine zertifizierte Mittel seit zehn Jahren auf dem Markt. Die Wirksamkeit und Sicherheit ist durch klinische Prüfung bestätigt, das ist schon von der ordnungsgemäßen Produktionspraxis in Berlin erlaubt, okay? Sie lesen so toll vor, Sie könnten Predigten bei Scientology vortragen. Keine Sorge, nochmal, wir beschäftigen mit vielen Kunden am Tag. Ja, nur nicht mit deinem eigenen Verständnis für die Welt, ne? Wenn Sie, schauen Sie, natürlich, wir können eine Ausnahme für Sie machen, wenn Sie nicht Cannabis Oil möchten, können wir es weglassen, ne? Können Sie es nur Intenskin bekommen. Ne, ne, ich brauche das ja für die Parasiten, weil die Kollegin hat ja gesagt, damit bleibt der Basilisk aus der Kammer des Schreckens weg. Nicht, dass der hier die ganzen Zauberer Kinder holt. Das wäre sehr empfehlenswert, korrekt. Dann der sicheren und der Wertenzusammensetzung, da werden Sie eine Lebensqualität verbessern. Von wem, von den Dachsen oder von den Füchsen? Wie, Entschuldigung? Das habe ich nicht verstanden. Die Lebensqualität von den Dachsen, die wird dann besser? Die unangenehmen Symptome, die bringen alle Parasiten oder verschiedene Krankheiten, die stehen also in den verschiedenen Parasiten, das liegt schon. Deswegen werden Sie den allgemeinen Zustand des Körpers verbessern, okay, die Immunität stärken, alle unangenehmen Symptome verschwinden. Also der Schluckauf geht dann auch weg, ja? Was haben Sie? Schluckauf, Hiccups. Natürlich, alles, was Sie schon gelesen haben oder meine Kollegen erklärt haben. Du würdest zu allem Ja sagen, um jetzt an die Kohle zu kommen. Okay, machen wir weiter. Also ich habe auch noch Rückenschmerzen. Haben Sie da auch noch ein Mittel für? Erstmal, wir müssen das bestehende, die sechs Pakete Intenskin und Cannabis-Säule. Also hat mein Kollege für 363 Euro gesagt. Sind Sie damit einverstanden? Ja, das haben wir ja schon besprochen, das ist alles abgeklärt. Alles klar, okay. Und die Adresse haben Sie auch durchgegeben, glaube ich, oder? Ja, dreimal schon. Also Postleitzahl 84, 130 in Dingolfing, ne? Dingolfing, genau. Die Straße, wie lautet bitte? Ja, das ist ja die, die, können Sie die, müssen Sie ja haben da, ne? Ja, ja, wir haben hier, also wir haben im Google Maps gefunden, also bischöflich, geistliche Rat, Josef Zienbauer Straße, ne? 409, oder? Es wundert mich, das ist das einzige Wort, was Sie überhaupt aussprechen können. Aber gerade, das ist die längste Straßennahme Deutsch. Wir können alle aussprechen, Herr, keine Sorge, wir beschäftigen mit vielen Kunden am Tag, okay? Sie werden das Paket innerhalb von einer Woche erhalten. Ja. Sie werden natürlich einen Tag vorher einen Anruf von der Kurier bekommen, damit Sie Bescheid wissen, okay? Wie heißt denn der Kurier? Ich kenne es nicht, Herr, was, was für eine Frage? Ja, müssen Sie doch wissen, wer kommt da denn? Das ist eine Mitarbeiter von DHL. Von DHL, ja, sagt das doch, sagt das doch gleich. Korrekt, DHL ist die Lieferung. Haben Sie auch Kondome? Wir haben keine Kondome, Herr. Na gut, was haben Sie denn noch im Angebot heute? Tut mir sehr leid. Gibt es noch ein Tagesangebot? Im Angebot heute haben, das war heute im Angebot, die Cannabis-Soldi haben wir schon gesprochen, okay? Ach so. Fetzen Sie es mal, lassen Sie uns überraschen, wir werden in Kontakt bleiben, okay? Wann wollen wir denn zusammen einen trinken, oder? Wir werden in Kontakt bleiben, bis zum nächsten Mal, okay? Ja, wann, wann, wann rufen Sie denn wieder an? Die Frage ist zu schwierig, ne? Hallo? Die Linie war weg, nochmal, bis zum nächsten Mal, wir werden in Kontakt bleiben, okay? Die Linie war weg? Ich meine... Alter, die haben es ja wirklich, wirklich wahnsinnig nötig. Jetzt haben die nochmal angerufen, um nochmal was mehr anzudrehen. Und das ist bestätigt. Also Leute, wir werden jetzt in den Keller gehen, die ganzen Charaktere zusammen. Wir holen die Leiter raus, weil es ist jetzt ja Abend, da ist die Sonne nicht mehr so heiß. Da werden wir die Sonne einschmieren und dann die Dachse und die Füchse, damit die besser in den Maulwurfbau passen. Damit wir weiter den Reichstag unterhöhlen können, um da hier Kakerlaken auszusetzen. So, ich mache mich dann mal an die Arbeit, weil das wird noch ein bisschen dauern. Und ihr könnt den ganzen Wahnsinn gerne mit einem Kommentar, einem Däumchen unter mir, dass ihr diesen Schwachsinn mal ein paar anderen Leuten zeigt, die genauso gleichen kranken Humor haben wie ihr, dass das Ganze hier ein bisschen größer wird. Vielen Dank!